Ja, mir wurde die Frage gestellt, wo gibt es denn jetzt eigentlich die Brunnen noch? Weil in Megamall gibt es ja nicht mehr und in Retail gibt es keinen Brunnen. Also was machen wir jetzt? Wie können wir jetzt Brunnen besprühen? Ich habe zwei andere Locations für euch ausfindig gemacht, die werde ich euch jetzt zeigen. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator-Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Items-Shop, sofort U gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Es unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Bag drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem. Location Nummer 1 ist direkt hier unten. Springe ich jetzt sofort raus und zeige euch diese Location. Wie ist sie hier unten? Ja, sofort nennt das so schön Tiffue City. Location Nummer 1 ist in Tiffue City. So, schauen wir uns jetzt hier an. Da oben ist auch dieses Steingesicht. Hier ist der Brunnen, man sieht ihn jetzt schon von hier aus. So, da lande ich. Mach hier mein Spray hin. Und ja, auf zu Location Nummer 2. Ist natürlich schon sehr kräftig. Oh, das ist natürlich sehr übel, dass jetzt auch... Oh nein. Nein. Viel schlimmer kann es nicht werden. Wir haben drei Roboter direkt dort. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich hoffe, dass ich das jetzt überleben werde. Ich will nur meinen Spray dort machen, Leute. Ich habe keinen Bock jetzt auf irgendeinen Kampf oder so. Bitte... Ihr geht in eure Roboter rein und lasst mir meine Ruhe. Ich habe keinen Bock auf einen Fight jetzt mit euch. So. Da unten ist Brunnen Nummer 2. Falls ich jetzt sterben sollte. Ihr könnt es dann wenigstens noch sehen. Landen. Spray machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt uns die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet es jetzt mal wieder an, wenn es wieder heißt. Fortnite Tipps und Tricks mit mir mein bei. Schaut rein. Macht's gut. Bis dann und tschüss.